Das waren die Anfänge bei der Waldarbeit, die Zugsäge, die Hin- und Hersäge, wie man sie früher nannte. Der Baum hat sich jetzt, wir sagen, aufgehangen. Mit der Axt löse ich den jetzt hier, die Bruchleiste, dass die Bruchleiste auf der einen Seite stehen bleibt als Angelpunkt, als Dreh- und Angelpunkt. Und dann wird er sich so rum in das Loch reindrehen. Passiert täglich mindestens einmal, muss man dann halt so machen. Der Borkenkäfer hat diese Rinde durchtrennt, die Nährstoffversorgung und somit trocknet der Stamm oben aus. Hat oben kein Gewicht und wenn er dann oben an grüne Äste kommt, bleibt er hängen und hat kein Gewicht mehr für durchzufallen. Deshalb ist es dann immer ein bisschen problematisch, die zur Erde zu bekommen. Die Bäume waren halt vom Käfer befahren, vom Borkenkäfer, vom Buchdrucker und vom Kupferstecher gleichzeitig. Diese Bäume müssen halt jetzt entnommen werden, schnellstmöglich, damit die anderen Bäume nicht angesteckt werden und uns nachher der ganze Wald aufgefressen wird in diesem Sinne und wir nachher kein Produktionsholz oder gesundes Produktionsholz mehr haben. Andererseits entnehmen wir natürlich auch gesunde Bäume, die halt dann zur normalen Durchforstung kommen. Wie viel im Jahr produziert wird, hängt halt ab von davon, wie viel pro Hektar halt nachwächst. Das sind halt ganz normale Zuwachszahlen, die ermittelt werden. Anhand dessen kann halt auch pro Revier ermittelt werden, wie viel da pro Jahr entnommen werden kann. Nennt sich halt der Nutzungshiebsatz. Später ging es dann weiter zu der Zweimannsäge, die war sehr schwer, aber alles war besser, eben wie diese Zugsäge und die Axt. Die hatte ein Wendegetriebe, weil die noch hier stehende Vergaser hatten. Heute hat man Flugzeugvergaser, die sind lageunabhängig, so kann man auch die Säge hin und her drehen, wie man möchte. Früher ging das nicht, da musste der Motor aufrecht stehen. Dann kam Ende der 50er Jahre hier diese Einmann-Motorsäge, schön leicht, wiegt ungefähr 14, 15 Kilo. Für die damaligen Waldarbeiter war das sehr leicht. Heute sagen wir unvorstellbar, weil nämlich heute eine Säge wiegt zwischen 4 und 5 Kilo. Aber hier war schon der Vorteil, man konnte dieses Getriebe, in alle Richtungen konnte man das drehen und man konnte auch verschiedene Schnitte damit machen. Nachteil war, genau wie bei der ersten Säge auch, stehender Vergaser, Motor muss immer aufrecht bleiben. Dann kam man weiter, Solo hat sich weiterentwickelt, hat die erste Einmann-Motorsäge, lageunabhängig hat die gebaut. Das war die Solorex, die dann rauskam, das war super. Die war zwar immer noch so schwer, hat keine Antifibration, also die Fibration ging auf den Körper, unheimlich schädlich für den menschlichen Organismus. Aber es war eine Weltbewegung. Toll war das, die hohe Schnittleistung für die damaligen Verhältnisse war ganz toll. Immer noch klobisch und schwer. Dann kam die Firma Stihl, die hatten dann wieder eine Weiterentwicklung. Das war hier die Stihl Contra. Noch mehr Leistung, ging noch schneller. Sehr beliebt bei den Waldarbeitern. Bis zum heutigen Tage wird die noch hier nach Brasilien exportiert. Und dann ging das immer so weiter, aber immer noch keine Antifibration. Kam erst viel später mit moderneren Sägen. Heute hat man dann eben so eine Säge, die ist viel kleiner, viel leichter. Aber wenn man die so im Einsatz sieht, sieht man, wie viel Leistungsstärke die ist. Wesentlich höhere Drehzahlen. Hier, die haben Drehzahlen, die laufen so um die 4.000, 5.000 Umdrehungen. Und die anderen, die laufen 15.000 Umdrehungen. Also dreifach an Drehzahl. Und das ist gigantisch, was man da machen kann. Umdrehungsstand. Umdrehung. Umdrehung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, also hier vorne sind wir drauf, der Stamm ist aufgearbeitet, der ist 22 Meter lang und 32 Zentimeter im Durchmesser. Hier oben diese beiden Zeichen CC, das ist die Güteklasse, das heißt der Baum ist nicht ganz gesund, der hat hier einen Foulfreak, der beste Stamm ist halt ein A-Stamm, haben wir hier aber nicht bei uns in der Region, hier die beste Güteklasse ist B-Holz. Wie wir noch hier mit der Hin- und Hersäge das abgemacht haben oder mit den alten Motorsägen, hat man mit dem Club-Messstock gemessen, da wurde immer ein Meter, da wurde ein Zeichen gemacht, ein Risserzeichen nennt sich das, und so wurde der ganze Stamm und dann wurde die Mitte markiert und dann war hier so eine Art Schiebleere dran, dann konnte man die Mitte messen. Dann konnte man dann, wenn der dicker war wie 20 Zentimeter, musste er über Kreuz gemessen werden und dann konnte man die Mitte ablesen und man kann die dann unten draufschreiben. Heutzutage hat man dann dieses Maßband, dieses Maßband hängt man auch, Mitte Falkerb hängt man das ein, hier ist so ein Scherenhaken dran, dann geht man hoch, misst die Mitte, markiert die mit der Säge, nicht mit dem Risserzeichen, markiert die dann hier und dann kann man die auch, die Club hat man am Werkzeuggurt und kann dann die Mitte messen, auch über Kreuz und schreibt das unten drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020